für die große waffen kann man braucht mein mittleres haupthaus das können wir uns mal angucken was für zwergeneinheiten wir jetzt haben miliz nachkämpfer mit leichter eisenrüstung und einhandachs also standard billig zwerg nachkämpfer mit leichter eisenrüstung einer eisenkoll unter einem schild das ist der wachmann der ist ein bisschen besser zerstörer nachkämpfer mit einer schweren eisen schweren rüstung oder einem zweihändigen rammel spezialität häuser zerstören nachkämpfer mit schwerer rüstung kein mund silber hammer und ein mund silber schild das ist auch noch praktisch ja ist jetzt die große frage was machen wir zuerst den schwertfels oder die klagenden steine aber wie sieht es nebenbei eigentlich aus nein ich kann noch nicht aber ich habe meinen metallisten übrigens auch verloren merke ich gerade grüße freund ich habe diese karte gefunden woher stammt sie aus einem lager der untoten im seht ihr hier und hier die eingezeichneten stollen verflucht diese karte zeigt die exakte lage der geheimgänge und wo sie betreten werden können aber wer hat sie gezeichnet diese schrift ich kenne sie nicht diese schrift auf der karte ja ich habe sie erkannt turgon gab mir einen brief seht ihr hier die anschrift ihr habt recht das ist turgons schrift bei den göttern nie hätte ich nun wie dem auch sei ich will wissen warum er diesen grauenvollen verrat begangen hat folgt mir wir werden ihn aufsuchen ihr müsst ihn mit diesem beweismaterial konfrontieren ja begibt euch mit morton zu turgon sucht nach der schrift des verräters auf der karte waren mehrere bezeichnungen in deutlicher handschrift angebracht diese handschrift wird dem verräter identifizieren die schrift von turgon die man der anschrift auf dem brief an tanara entnehmen kann ähnelt derjenigen auf der karte morton solltet davon erfahren ihr gebt euch mit motto zu turgon grüße freund du hast nichts mehr zu sagen urias gut was ist mit euch hier drüben willkommen zurück willkommen danke für eure ok ihr habt nix ok konfrontiert turgon mit dem beweis grüße freund unsere hoffnung ist zurück dieser plan hier trägt eure handschrift erklärt euch seitdem habe ich noch nie zuvor gesehen woher wollt ihr wissen dass dies meine handschrift ist anhand der anschrift des briefes den ihr mir gegeben habt diese karte stammt von euch und ich fand sie in den krallen eines untoten heerführers ich habe euch unterschätzt ihr seid ein narr aber ihr seid nicht blind habt ihr wirklich gedacht ich will mit den anderen hier mein blut im staub verinnen sehen glaubt ihr ich will meine seele an diese kreaturen dort draußen verlieren nein ihr gebt ihnen eure seele lieber freiwillig nur die seelen der anderen die untoten holen sie sich so oder so wo ist der unterschied so bleibt wenigstens einer am leben ob ihr am leben bleibt darüber wird der orden entscheiden dazu müssen sie mich erst einmal kriegen runenknecht die linien müssen halten ok der stand halten männer grüße freund turgon ist tot eine gerechte strafe er hat mit dem tod handel getrieben nun ist er ihm selbst zum opfer gefallen ich danke euch auch wenn es ein trauriger dienst war den ihr vollbringen musstet ok die ohne alte rüstung stahlschild patze schwarze aurabannen topas eine dornkeule ja für den würde sich's rentieren erstmal die nächsten zwei level zu investieren und 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 Ansonsten habe ich hier ja nichts Das da kann ich eher einem Nahkämpfer Also einem Schweren Nahkämpfer geben Genauso wie den Helm wahrscheinlich davon Und ja, Ringe haben wir leider Nichts besonderes Neues Okay Ich würde sagen, ich mache erstmal die klagenden Steine Aber vor Whisper machen wir dann den Schwertfels Weil ich denke, dass wir im Schwertfels noch bessere Zwergeneinheiten brauchen Und die kriegen wir, glaube ich, in den klagenden Steinen Wenn ich mich noch rechtlich erinnere Hier fehlt irgendwie auch noch eine Einheit Mal gucken, ob ich eine Truhe übersehen habe Ah, Schlangenpass Nein, ich habe nur einen Gegner übersehen War aber nur ein Ascheskelett schlechter Ach, Schnell Buh! 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 Und ja, ansonsten ist hier wirklich nichts. Ja, so wie ich das sehe. Nee, hier haben wir alles leer gemacht. Hier oben sind auch keine Leichen mehr. Gut, dann geht's weiter in die klagenden Steine. Und wenn die fünf geschlagen werden, Herr... Dann werden wir das Tor öffnen und die Lebenden in ihrem Blut ertränken. Noch haben sie unsere wahre Stärke nicht kennengelernt. Okay. Die klagenden Steine. In den klagenden Steinen liegt die Ruine der alten Wachfestung und ihr hier die letzte große Armee der Untoten. Der Sieg in diesem Land wird den Angriff der Untoten auf die Nordreiche beenden und den Weg nach Whisper öffnen. Stürmt die Festung der Untoten. In der Ruhe der alten Festung lagert die Armee Kurschhaus und bewacht das Portal nach Whisper, dem Grab Hukans. Die Festung wird nur mit einer schlagkräftigen Armee einzunehmen sein. Bringt die Untoten dazu, das Festungstor zu öffnen. Das Tor zur Festung ist verschlossen, es ist sich von außen nicht öffnen. Die Untoten müssen zu einem Ausfall provoziert werden, dann werden sie das Tor von selbst öffnen. Fünf Feldherr befähigen Untoten außerhalb der Festung. Solange sie noch existieren, wird Kurschhaus seine Truppe nicht einsetzen und die Festung verschlossen halten. Mhm. Okay, ich sehe schon mal Mondsilber. Ich sehe ein Zwergenmonument. Ich sehe die Feldherren. Wobei, du hier, du bist ein Feldherr, ja. Du bist auch ein Feldherr. Aber du bist keiner. Die Linien müssen halten! Okay. Dass ich hier Mondsilber habe, ist gut. Dass ich da drüben Stein habe, ist ausgedrückt, aber... Mir fehlt was Essentielleres. Wo ist das Eisen? Vorsicht, Gegner! Also ja, das Essenzeste Stein für den Aufbau unserer Siedlung haben wir hier. Und hier haben wir genug Platz für die Nahrungsproduktion. Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Und ich finde es auch sehr lustig. Und ich finde es auch sehr lustig und auch nicht lustig, dass Koscher, der Knochenbrecher, oder wie hieß er nochmal? Knochenmalmur. Was soll die Gänzbestie ist? So, das sollte noch keine Spawner aktiviert haben. Nein. Und ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich glaube, dass es eine gute Idee war. Vorsicht, Gegner! Stand halten, Männer! Erstmal den hier auszuschalten. Stand halten, Männer! Stand halt. Untertitelung des ZDF, 2020